Dieses ist seit der Stadterhebung 1332 Sitz der bürgerlichen Selbstverwaltung. In der jetzigen Form wurde erst 1923-24 unter der Wiederverwendung der Mauern aus dem 16. Jahrhundert umgestaltet. Der Ausbau nach unten in die Burgstraße hinein erfolgte 1982. Unterhalb des Balkons befindet sich ein Relief mit der Darstellung des Drachenkampfes. Sie haben es sicher schon bemerkt, das Drachenmotiv finden Sie in Furt im Wald immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020